Der romantische Sonnenuntergang dazu, das ist herrlich. Was ist denn hier? Oh, hier ist was. Hey, das ist in Ölpapier eingewickelt. Ölpapier. Das ist, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Das braucht der Schatzsucher. Jetzt in der Wirtschaftskrise sowieso. Jetzt werde ich das Standbein suchen. Heute habe ich ein gutes Gefühl. Ey, die Grenzen sind zu. Und die schwindeln Puttweifer. Sonne geht unter. Ausbeute bis dato grandios. Was ist denn hier? Ey, hier. Das klingt doch schon wieder so nach was Großen. Ey, das ist was Großes. Das ist wirklich was Großes. Ey. Geil. Nein. Ey. Guck dir das an. Ich sagte so, was gibt es gar nicht mehr. Das ist Glowpapier. Herrlich. Geil. Wenn ich das doch immer anbringe, dann krieg ich mal keine Mägeräute. Und wenn es später wird, das ist so super. Geil. Ein Großteil meines Erfolgs liegt an dem Schluckradeberger, den ich uns genommen habe. Hos. Ich dachte mal, du sollst den Schluck 후보 mich hören. Das ist schon der St. Mann. Und die Schluck olhar passt auf ihm glaube ich auch ganzожно. Im Moment habe ich die St. Mann und routinely den Schluck Herr. Vielen Dank.